In den heutigen VIP-News schauen wir uns die Drop-Details an für den kommenden Pili-Fantasy-NFT-Drop an. Außerdem habe ich die Drop-Details dabei für den kommenden Mickey Mouse-Comic-Heft-NFT-Drop und wir schauen uns auf jeden Fall an, wie viel Wert die Comics sind. Außerdem haben wir noch einen weiteren Comic-Drop, das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es, dein Captain, dein VIP-OG mit den wichtigsten VIP-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall mit einer Menge, Menge Drop-Unkündigung mit dabei. Deswegen würde ich sagen, wenn du auf jeden Fall keine Drop-Unkündigung mehr verpassen möchtest, dann abonniere definitiv meinen Kanal und aktiviere die Glocke und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Um zu starten des Videos gibt es noch mal eine ganz kurze Erinnerung und zwar nämlich für heute um 17 Uhr deutscher Zeit und zwar droppt nämlich heute Tales of Suspense, Hashtag 39, ganz wichtig, um 17 Uhr deutscher Zeit und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Comic mit der First Appearance von Iron Man. Dementsprechend auf jeden Fall eine große, große Relevanz. Das wollte ich auf jeden Fall am Anfang des Videos für euch noch mal ganz kurz hier als Erinnerung aussprechen. Wir sehen außerdem am heutigen Tage noch einen weiteren Drop und zwar nämlich von Pili Fantasy und hier nämlich Series 2 und das Ganze wird um 21 Uhr deutscher Zeit heute droppen. Also wie gesagt, heute insgesamt zwei Drops und das Ganze wird natürlich wie immer im Blindbox-Format starten. Insgesamt gibt es fünf Figuren von Pili Fantasy. Das hier ist einmal die Kammer, die wir sehen werden, die wir auch schon im Preview gesehen haben. Das Ganze wird pro Blindbox 30 Gems betragen und die Edition-Zahl hier bei der Kammer wird 2288 Stück betragen. Außerdem wird es eine Common sein und natürlich eine First Appearance, da wir diesen Charakter noch nicht auf Ibi haben. Was außerdem ein Nice to Know ist und David Yu an dieser Stelle hier schon getweetet hat, ist Some cool special effects in this series, also in dieser Serie, die wir jetzt bekommen. Man sieht an dieser Stelle keine special effects bis jetzt jedenfalls. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie sich die special effects dann äußern werden. Schauen wir uns auf jeden Fall mal das nächste Collective an und zwar nämlich die Ankammen, die wir bekommen werden. Hier an dieser Stelle Listenpreis das gleiche. Die Edition-Zahl ist aber hier nur bei 1888 Stück. Das Ganze ist aber natürlich auch eine First Appearance. Außerdem haben wir dann hier als nächstes die Rare und die wird eine Edition-Zahl von gerade einmal 1688 Stück haben und natürlich auch eine First Appearance sein. Als nächstes haben wir dann die Ultra Rare, die ich mitunter wirklich ziemlich cool finde, neben der Secret Rare, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und das Ganze wird eine Edition-Zahl von 1288 Stück haben. Als letztes haben wir dann hier einmal die Secret Rare und die muss ich sagen, sieht wirklich extrem cool aus. Auch wenn ich Pili Fantasy jetzt nicht ultramäßig feiere, aber das Ganze hat auch nur 888 Editions und dementsprechend sehr interessant für Leute, die hier auf jeden Fall Secret Rare haben und auch tatsächlich auf das Collector-Bild selbst gehen. Das Ganze ist natürlich auch eine First Appearance, wie jeder Charakter hier von dem Drop. Und ansonsten schreibt mir jetzt auf jeden Fall mal sehr genoten in die Kommentare, nimmst du den ganzen Drop mit oder nicht. Mich würde das auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall den nächsten Mickey Mouse Comic NFT Drop auf Vivi von Disney. Und hier sehen wir insgesamt 5 Comics. Und ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut, was Disney hier macht mit den Comics. Ich persönlich habe früher auch sehr, sehr viel Mickey Mouse gelesen und für mich ist das wirklich ein schönes, schönes Comeback. Das Ganze wird hier am Mittwoch um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Wie gesagt, das Ganze mit 5 Covern und natürlich wie immer im Blindbox-Format. Wir werden hier einmal diese Cover sehen. Muss ich auch sagen, sehen gestalterisch auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und ja, das sind auf jeden Fall, wie gesagt, die Sachen, die wir auf jeden Fall sehen werden. Das Ganze ist hier mit unterschiedlichsten Varianten aus unterschiedlichen Jahrgängen aus 1989, 2020 und 1993 und sehr viel mehr mit dabei. Insgesamt wird hier den Listenpreis pro Blindbox 10 Gems betragen. Außerdem wird sich hier die Editionzahl auf 10.000 Stück begrenzen. Und dementsprechend ist die Aufteilung auch an dieser Stelle wie immer. Die Comics selbst sind nicht wirklich wertvoll. Ich habe an dieser Stelle zwei gefunden, wo ich hier auf Gokolekt ein bisschen Preise finden konnte einfach dazu. Aber ja, wie man sieht hier eine 9.8 gerade mal für 50 Dollar und hier zum Beispiel dann eine weitere 9.8 mit gerade mal 59 Dollar. Wir reden wirklich von keinen großen Grail Comics und ich glaube auch, dass tatsächlich nicht, dass das hier das Ziel ist, sondern dass einfach das Ziel ist, mehr Comics umfangreich hier einzubauen in den NFT Space beziehungsweise in die Vivi App, dass es nicht nur Marvel Comics gibt, sondern auch Disney Comics. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Erst recht, Mickey Mouse Comics sind doch ziemlich beliebt. Nach den Disney Comics kommen wir nun auch zu dem nächsten Marvel Comic Drop. Und zwar nämlich hier mit der First Appearance of the Children of Vision, also mit den Kindern von Vision und Scarlet Witch, welcher auf jeden Fall hier auch relativ interessant ist im MCU. Das ganze Comic heißt Vision and Scarlet Witch Hashtag 12. Das Ganze ist natürlich wieder mit exklusiven Rare und auch Ultra Covern versehen und wird am Donnerstag, dem 6. April um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das sind einmal die Cover, die wir an dieser Stelle sehen werden. Und der eine oder andere wird sich jetzt denken, hey, das ist ja super spannend hier mit richtig guten Charakteren. Das muss eine Menge wert sein. Muss ich euch leider enttäuschen. Das Ganze ist nicht wirklich viel wert. In der 9.8 gerade mal für hier 240 Dollar. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass es hier halt sehr viele gute Grades gibt. Also man sieht hier bei der 9.8 gibt es insgesamt 148 Grades. Also dementsprechend hat das natürlich auch Auswirkungen auf das Comic selbst. Aber an sich ist das Comic tatsächlich doch von den First Appearance her relativ gut besetzt. Und als nächstes schauen wir uns mal an, wie sieht es denn eigentlich hier mit den Platinum Moment Postern aus. Und hier haben wir ein paar Zahlen veröffentlicht bekommen zu dem ganzen Drop, wie viele Poster denn jetzt eigentlich gemindert werden. Und das hat mich persönlich jedenfalls total überrascht. Und insgesamt wurden 91 Donnerstag Poster gemindert, 109 Mini Maus Poster, 134 Mickey Maus Poster und 137 Dumbo Poster. Ja, ich persönlich finde diese Poster auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das ist natürlich momentan nur so wenig gemindert worden. Hat natürlich leider auch einen sehr großen Einfluss auf den Preis. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass diese Poster generell auch langfristig sehr, sehr gut performen werden, weil es einfach eine sehr geringe Stückauflage gibt. Plus es sind die ersten und einzigen Platinum Moment Poster, die wir bis jetzt jedenfalls gesehen haben und auch passend hier zum 100-Jährigen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.